Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battlefield 5. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und... Ja, Map. Keine Ahnung, welche das ist. Ähm, ich werde mal als Sniper heute starten und zwar... Ja, hier, ne? Gut, kann ich direkt nach C gehen. Und los geht's. In der letzten Folge war ich sogar fast ein bisschen erfolgreich. Aber nur fast. Ich weiß nicht, wo C ist. Da. Das war halt eine Riesen-Map. Kirche. Lalalalalalalalalala. Oh. Ich will alle Maps durchspielen. Boah, ist halt coole Musik, ey. Gute Arbeit. Wir haben Ziel Friedrich übernommen. Da. Der erste Punkt ist... Springen in meinen... Ich auch. Ne, ich hab ne Tür. Der Hühnerstall. Boah, die kommen jetzt von da. Bin gleich ein bisschen... Vorsichtiger. Mann, schöner Schuss, ne? Willst du schon zugeben. Ich hab auch nicht geübt, versprochen. Das sind alles noch Videos, die ich in Reihe aufgenommen hab, hintereinander. Einmal alle Maps wollte ich machen. Boah, was soll das zum Geier haben? Die erobern das. Das heißt, die sind mehr... Ich hab ne Granate für sie. Oh, oh. C. Boah, aber den hab ich nochmal reingedrückt. BAM. Okay. Könnten wir ja mal ausprobieren, hier drin. Oh, oben drauf, mein ich. Das große, 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 große Sniper-Problem hier auf diesem, auf allen Maps, ey. Wirklich auf allen Maps wird nur gesnipet. Das ist echt Hardcore. Und ich verliere irgendwie alle Runden. So. Aber jetzt bin ich ja selber mal Sniper. Und das nicht mal gut. Da hängt fest, oder was? Bewegung, Soltan! Wir schießen sie auf mich ein! Habt schon, Bewegung! Ich nagele sie vor! Hau, gut, danke! Nein! Oh, verdammter Mist! Kann ich machen! Scheiße, so, genug. Boah. Steht ja total scheiße. Oh. Ich bin getroffen! Hilf mir! Jetzt müsst ihr wieder putz, mutter! Blöder Panzer. Achtung! Wir verlieren Ziel, Emil! Ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Seh nicht, der ist... verschwindet einem Dreck. Gute Arbeit! Wir haben Ziel Cäsar erhoben! Schwer einzuschätzen. Hä? Boah! Er hat gepetzt! Boah, den hab ich aber nicht einmal angehittet, ne? Perfekt geschossen! Ja, ich aber nicht, ne? Perfekt erschossen. Und da will ich nie nochmal oben drauf. Schick dir Verstärkung! Ich lage mich hier fest! Okay, jetzt mal ein bisschen Überblick. ganz hinten, ey. Also Weitschüsse sind echt schwer hier. Da haben sie verändert, das Snipen, finde ich. Ist nicht dasselbe wie bei Battlefield-Teilen sonst. Boah, hält der das still? Oder sie? Ach, die Kirche ist auch noch da, ist klar. Ist auch noch ein Punkt. Gerade er obert. Boah. Hände, Herrgott. Das sind so Sounds. Ich kann bestimmt nicht schlafen heute Nacht. Ich würde auch mal so eine Vorteilsposition haben wie die Meißen hier. Da flackt da hin. Kann man nicht melden? Wo fliegt meine verdammte Kugel hin? Boah, hat mir alle den Arsch gerettet. Aber ich habe wenigstens mal getroffen, ey. Ich habe Schritte gehört. Das hat wesentlich Hörziele, ne? Da. Okay, aber das ist doch nicht wahr. Liegt er da? Ist er das? Der liegt doch da. Ich habe dich getroffen. So ein Rambo, der einfach alle tot macht. Na bravo, ist das ja nicht. Nein, eigentlich nicht. Das war nämlich der eigene Panzermann. Ich will es mal ein bisschen gucken hier, ne? Also nicht wundern. Weil ich renne immer überall hin und sterbe. Ich komme so langsam in den Entspannungsmodus. Aber das Skop ist ja voll... Voll kacke. Ah, ja. Flieger. Alter, wo sind die denn alle? Haben die alle frei oder was? Wer da ist für unser? Da, Alpha. Boah. Sah gut aus, ey, aber... Treff nix. Geht der da jetzt in Stellung? Ziele mir gehört jetzt uns. Mann. Das war schon wieder komplett geheilt. Bis ich ihn erledigt... Ich hab nur einen Schuss. Das ist nicht gut. Als ob ein Cyber so wenig Munition mitnehmen würde. Der würde doch viel mehr Munition mitnehmen. Komm, ein Langkopf. Ne. Verkackt. Sag ich noch ein Pischlöschen? Mann. Ich wollte mich noch heilen. Aber das hab ich auch versucht, ne? Bertha alleine einzunehmen? Gegen die ganzen Panzer? Der war das da hinten? Blut! Ja, Blut! Oh, der muss ja aber hoch zielen, ey. Wir haben das Ziel Sora eingenommen. Wir haben das Ziel gesichert. Also, Sondergewaltschüsse kannst du ja mal vergessen. Nicht mit dem Sköpchen hier. Will ich denn überhaupt hin? Da. Das ist keine Gefahr. Das ist mein eigener. Boah, ein hässiger Panzer, ey. Ziel Cäsar ist dahin. Das steht hier auch nur. Nein. Seht ihr? Ihr müsst vorsichtig sein. Oh, da kommen Kugeln. Ja, weg. Oh, Sniper-Panzer natürlich. So gut wie die ballern. Die wie Dora. Oh, ho, 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 ho. Aber man sieht gut aus, ne? Komm, 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 komm. Jetzt macht er Pause, oder was? Nein. Ich bin so schlecht. Guck mal, wie schnell die einen töten, Alter. Ey, ich muss die 40 mal treffen und ich falle sofort um, wenn ich nur einmal angehittet werde. Jetzt kann ich aufhören zu spielen, dann kann ich warten, bis ich wieder beliebt werde, oder nicht. Aber die töten einen mit zwei, drei Treffer. Ey, das kotzt mich so derbe an, ne? Alter, was war das? Ein Panzer. Ein Panzer. Ein Kill. Fliegen würde ich gerne jetzt. Alter, du schütten Panzer. Guck mal, Alter. Das war eine Minisalbe, die mich erwischt hat. Eine Mini-Minisalbe hat mich erwischt. Wieso sterbe ich denn sofort, ey? Aber wir machen Squad-Punkte, ne? Ich darf gar nicht zum Beispiel jetzt abrufen den Kack. Oh, ich bin der Fahrer. Hängen fest. Ich bin doch da rein. Boah, ich wollte gerade aussteigen. Mein Gott, nee. Ich komme hier keinen Zentimeter weit. Nicht einen verfickten Zentimeter komme ich weit. Das gibt es doch gar nicht. Ja, stirbt doch. Mein Gott, nee. Egal, wo ich es boh, bang, sofort tot. Und, wie lange habe ich? Ach, ich bin am O-Bahn. Alter, ey. Was soll denn das? Boah. Er ist ein Tarn, weißt du? Ich bin der Einzige, der immer im Laufe der Mann stirbt. Oh, ich bin der Mann. Was soll denn? Und ich bin der Mann, weißt du? Ziel Friedrich gehört uns. Oh, hier Oberschon. Die gute alte Bertha. Ziel Emil gehört jetzt uns. Wir haben das Ziel eingebaut. Oh. Mit einem Revolver. Drei Treffer. Und ich muss mit einem Maschiegewehr fünfmal treffen. Hast du ihn getötet? Ja, war immerhin gut ein Schuss, die Kirche. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich, ehrlich gesagt, gucken soll. Geht nicht, er guckt. Meldet ihr nicht. Auf die Wand. Ich bin schon im Dunkeln, ja. Ja, ich sehe welche. Aua. Also Kopfschmerzen hast du nach so einer Schlacht auf jeden Fall. Ja, endlich mal, ey. Lass doch nach, Lamme Ente. Wir haben Ziel Cäsar erobert. Oh, Aufklärer drei. Wirklich ein neuer Sniper? Oh, oh. Okay, ist wer? Achtung, wir haben Ziel Emil verloren. Alter, wie kann man da daneben wallern? Hey, das ist... Das war echt super schön. Da kann ich nicht mehr sauer sein. Jetzt gehen bei fünf Leuten daneben ballern. Das ist schon ein Talent. Da ist ja nicht mehr so. Nein, ich sehe keinen Fall. Ich bin es nicht mehr. Aber. Das ist nicht mehr. Da ist es nicht mehr. Aufhörst du nicht mehr. Da ist es. Und das ist nicht mehr. Da ist es. raus hier auf der stelle stehen da bin ich doch eine zielscheibe nur hier es wird erobert ich erkenne einfach mal nix wow also für ein neues scope würde ich töten das ist irgendetwas dass er mich sieht da muss doch schon ziemlich weit vorhalten damit triff das weit oh da was ist das für ein ding ist nur ausgerollt oder was was ist los mit euch vorsicht da ist gefahr boah was ein schlachtfeld ey ich seh ihn ja nicht mal na da ich kann das einfach nicht einschätzen wo ich hinschießen soll ey ah tut das lange kurz vor ihm also ey das ist ich kann das nicht einschätzen na war so schön eine position für mich nur sechs schüsschen das hat sie gut erkannt er wird auch sofort beschossen ne ich kann die kugel auch nicht sehen ist ja gar nicht so weit weg ah der hat es verstanden krieg ich eine neue waffe ich hab ja gelevelt ja stirb 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 um die wette warum dauert das denn so lange blute aus was wir haben ziel emil verloren model 8 war ja kein sniper ne anpassen das ist glaube ich nur nur farben ne mehr ist das nicht das kann ich wahrscheinlich mit stufe 6 mit stufe 6 kriegst du das 95 das spielen hier scheinbar sehr viele super schlecht ey oh ich schaue wieder im panzer nein ich wollte doch gar nicht im panzer ich habe einfach nur bereit beitreten angestellt boah zehn sekunden ey fick dich noch mal lange boah wie lange dauert das ich bin mal so mutig bleib hier dran und ich schaue mich doch nicht so wir haben ziel cns verloren man kann doch in deckung gehen ballern die denn hin mal hat er ihn gekillt ein eigenes was aussieht ey sogar ballern in deckung ey irre oi 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 die habe ich gar nicht gesehen boah boah was ein bild ey ich weiß nicht warum ich so lange warten muss hier da hänge ich nur rum mal wieder nur drei treffer hat er gebraucht ey ziel dover gehört uns 82 46 das ist gleich zu ende das ist doch leer in der luft beep 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 dover die Wir verlieren Ziel Doga. Wir haben Ziel Doga verloren und ab. Hopp. Was muss ich machen? Blieb mir nichts übrig. Boah, 4-14. Na, das wird noch super knapp am Ende hier, ne? Hip. Das muss ja mal sein. Quicks, 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 Go. Boah, ich kann es ja dauern. Punkte hole ich mir noch. Schade. Aber wird er furchtbar knapp. Boah, der letzte Sniper Hit war irre, ne? Das ist richtig nach oben geflogene Typ, ey. Fritz Bruno Gustav. Bam, 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 bam. Oh, er läuft aber langsam. Also ich jedenfalls. Ruby. Eine Seitenwaffe haben wir freigeschaltet. Enfield, irgendwas, Handschutz. Und total wenig Erfahrungspunkte. Uiuiuiuiuiuiui. Was ist Tides of War? Das verstehe ich noch nicht. Muss ich da irgendwas machen oder so? Ne, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.